Mann, einen Schubs vielleicht noch mal runter, aber dann kommt ein Stein, auf den man drauf springen muss, dann... Oh Mann. Böse. Oh ja. Oh Gott, das ist so fies, das ist so fies, das ist so fies. Ach so, ich muss mal sprinten. Oh, ich gehe noch ohne Sprinten. Oh, vor allem ist der Raum noch ganz schön hoch, ich hoffe, da kommt noch mal eine Zwischenstation. Ja, vor allem ist es dort, dass du nicht bis du hochgekraxelt bist. Oh ja. Och, Menno. Oh, komm jetzt, Alter. Bisschen mehr Rätsel vielleicht, also ich... Dafür, dass wir teilweise so Challenges los rein und es jumpen gehen überspringen, weil ganz ehrlich, ich habe in letzter Zeit so ein bisschen, klein wenig die Nase voll von Jump Challenges. Ja, das kenne ich. Ja, oder wie, Miga. Wir können uns ja selber so, äh, wir können ja im... Na, theoretisch in beide dauerhaftem Creative spielen, wenn wir uns dann selber solche Zwischenstops machen. Weiße. Ja. Irgendwie sowas. Ja, vergangen, zu weit, zu schnell, jetzt was, zu schnell. Oh, doch, oh, jetzt, ah, ich habe den Stein zu, äh, erst zu spät gesehen. Ach, nein. Du standest schon drauf, ne? Ja, ich habe ihn, äh, erst gesehen, als ich runtergefallen bin, dass er kurz da war. Ich bin mal gespannt, ob der Stefan das selbst auch richtig kann hier, dass Jump Mode auch jetzt muss er gebaut hat. Er hat das wahrscheinlich gar nicht getestet. Nein, jetzt, ach, Gott, nein, jetzt, ah. Super. Es macht dir keinen Spaß. Ich bin fast für ab. Wir sind sorry, du mir leid, ist aber so. Ja, nicht. Also ich kann das nachvollziehen. Oh, doch. Ich komme nicht weiter. Ah. Das ist fies, das ist fies. Ja. Ich versammel, ich gebe uns jetzt beiden jetzt mal Game Mode, dass wir wenigstens da hochfliegen können und nicht immer diese Rutsche da, diese Wasser-Dings. Ja. Das kannst. Äh, Game Mode. So. So. Jetzt geht das auch schon eher. Warum kann ich nicht fliegen? Ich hab's ja fast geschafft. So, das ist schon angenehmer, wenn man nicht ständig den Wasserfall hoch muss. Hab's geschafft. Hab's geschafft. Ah, okay. Ja, siehst du, jetzt geht das schon eher. So, da ist zum Beispiel Wasserfall. Gut, das heißt... Ja, ich auch. Ja, jetzt geht's, ne? Jetzt geht's. Auch das mit den Leitern, das hab ich mittlerweile ein bisschen geübt, dank T3C. Okay, da ist man langsam drauf mit Leitern, in Anführungszeichen, hoffe ich jedenfalls mal. Ja, das geht. So, und jetzt, da drüben hin. So, anscheinend... Okay, haben wir, haben wir, ja, jetzt geht's einfach, oh, verdammt, Schalter. Jo, jetzt auch nicht. Jetzt geht's einfach, ja. Wir haben nicht getitelt. Sekunde mal, wir sind hinten jetzt hochspringen. Ja, verdammt. So, Schalter. Ah, da kommt auch Wasser. So, was machen die denn hier? Okay. Ops. Da hab ich irgendwo festgepackt. Was haben die gemacht, die Drupel? Ah, ich hab's auch... Ich hab's wieder geschafft, hier. Guck dir mal an, wie das jetzt geht. Guck dich mal an. Oh, hier ist ein Ende. Hier ist, hier ist gar nix, irgendwie. Warte, ich komm gleich. Nicht weiter. Hilf, ich bin gefangen. Warte, ich komm gleich. Ich bin gefangen. Ach, oh, ist ein Knopf, den hab ich nicht gesehen beim Text. Ah, wie scheiße, das ist das. Lava kommt von oben, Lava kommt von oben. Ah. Wo? Ah, jetzt, 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 jetzt geht's runter ins Wasser. Uns ist geschlossen worden. Ich glaub, du bist jetzt gleich mit Lava, äh, mal passiert. Noch sehe ich nichts. Ach, guck, jetzt ist es wieder interessant, oder? Oh, das leckt hier so, das ist so schlimm. Ach, jetzt, da muss ich springen, alles klar. Ah. Das ist so schlimm, ich seh die Steine nur ganz kurz, bevor sie auftauchen. Ah, jetzt, ah. Das ist schlimm, das ist schlimm. Ah, okay. Gut. Du kannst dich, glaub ich, zu mir TP'n, weil du hast da, glaub ich, irgendwie Star Lava runter und alles mögliche, das geht nicht mehr, Resetten oder so. Ach so, ich versuch das nochmal ganz kurz hier und dann... Ah, okay. Äh, TP's, Goom-O, Spark off. Okay. So, guck mal hier, ich bin gerade im Urlaub und hier ist so ein Button, den musst du drücken, dann so schnell wie möglich nach oben und dann da durchgehen, weil das wieder so ein Timer ist. Hm, okay. Und das ist halt fies, weil die Treppen hier so diagonal... Ah, verdammt, hast du gleich verkackt. Ich hab's. Ach so, ach, das Ding muss, ah, ja. Ja, also in einer gewissen Zeit musst du es gemacht haben. Hm. So, das Beste ist, glaub ich, wenn man hier so steht... Und dann, wenn man hier oben steht, den Knopf drückt und dann losrennt. Ja. Das ist eltsam. Das zweite ist das natürlich echt nochmal knifflig, weil es ständig im Weg steht. Oh, ich hab's geschafft. Ah, das ging knapp. Okay. Wollen wir das, äh, nacheinander machen? Ja, nacheinander vielleicht. Mach du erstmal. Hab's... Hab ich's, oder hab ich's, oder hab ich... Ich hänge im Piston fest. Oh. Nee, doch, verdammt, knapp, das war so knapp. Okay, ich mach's auch nochmal. Gut, mach du. Oh, hab ich, oh, ich hab... Scheiße, jetzt... Ich hab Creative-Fund. Äh... Ich hab hier noch 1.2.5, deshalb hab ich das andere Creative-Inventar. So, äh, okay, nochmal. Das alte Text-Spec, das Text-Spec für die Version 1.3. Ja, ich hab's. Bist du auch durch? Ja, ja. Okay. Okay, hab's auch. Okay, sehr gut. Ja. Wieder mal Schalter. Mit dem Kombinations-Dings. Okay. Das heißt, hier gibt es ja nur verschiedene Möglichkeiten, so ein paar... Ha, ja, ah, das ist was, okay. Hab's schon offen. Bisschen ausprobieren. Einfach alle Kombinationen durchgehen. Ach, nee, sind wir halt auch, Gott. Das ist ein paar mehr Möglichkeiten. Hm. Ich glaub aber gar nicht mal so viel, 16 glaub ich, kann das sein? 4 hoch 4? Nee, ich glaub, das sind mehr. 4 Schalter, eins und aus, also 4 hoch 2. Nee, Quatsch. Doch, 4 hoch 2, 4 mal 4 sind 16. Ich glaub... Oder doch, ja, kommt hin. Ah, das war's, was, was. Nee. Ah, okay. Gut, jetzt. Ah, Nummer 4. Was wir auf, zum Beispiel, systematisch durchgehen, ist das erstmal alle nach unten, alle nach oben. Warte mal so, alle nach unten. Nee, einer nach oben. Nein. Anderer nach oben. Nein. Der nach oben. Nein. Der nach oben. Das heißt, alle nach oben. Der nach unten. Nein. Der nach unten. Nein. Der nach unten. Der nach unten. Nein, so als zwei Stück jeweils nach unten. Das heißt, die beiden unten, die beiden oben, 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 nein, ah, doch, okay. Bist du, systematisch durchgehen, dann geht's. Oh Gott. Oh Gott, übertreibs, 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 eins, so. Ach, jetzt sind fünf. Oh Gott, das ist mir keiner. Entschuldigung. Ananis, oh Gott, Ananis. Ja, guck, was da ist. No, nicht. Zehn. Das wird dann einfach, oh verdammt, auch nöchlich. Komm, einfach random irgendwas. Wollen wir es systematisch probieren? Nein. Das dauert zu lange. Ja. Guck mal, wir können, an der Decke sind, guck mal, an der Decke sind Glowstones, vielleicht sagen dir irgendwas an, mehr oder weniger. So zwei, das heißt, da welche runter machen, die anderen oben stehen lassen. Also da oben, da oben, da oben, da oben, oben. Und auf der anderen Seite genau das gleiche. Ach, nee, guck mal, guck mal, stopp, 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 stopp. Hier war diesen Glowstones, guck mal, zeigen an, wenn die ersten fünf richtig sind. Hier war gerade irgendwas. Warte, warte, nicht bewegen, nicht bewegen. Du hast hier gleich einen, umgekehrt. Oh ja, oh ja. Jetzt an. Ah. Okay. Das heißt, nur noch die andere Seite jetzt nehmen. Ja, ha, sehr gut. Siehst du mal, ha, ha, ha. Okay, Lava. Oh. Oh, ha. Jetzt wird's ernst. Warte mal, kurz zu ein. Hey, der Mond kann man nochmal anmachen. Du hast den Gay, äh, Dingslager drin. Ich hab einen Gay, den hab ich noch. Ja. Nein, ähm. Ich will, ob darüber kommt, es geht doch gar nicht. Nee. Ich komm, ich mach so, nur verfliege ich. Okay, probier. Oh, das geht nicht, das geht. Ach, man braucht's gar nicht schaffen. Mach einfach. Ach, okay, gut. Und hier ist weiterhin nur Wasser. Okay, Luftwunten brauchen wir nicht mehr. Ach, so, stimmt. Und hier. Okay, unter der Lava durch, dann da in Gang. Warte, ich bin da berinnt. Jetzt mal kurz rechts rum. Ich geh auch hier zu mal rechts. Also komplett, oder links rum, genau das gleiche, aber. Hm, na, hier ist schon was der Kassel. Eine, eine Hand an der Wand, dass du nirgendwo festhängst, oder nirgendwo irgendeinen Eingang über siehst, dann geht das. Genau, meine Sackgasse ist einfach umdrehen. Hm. Okay, je nachdem wie groß es ist, kann es ein bisschen dauern. Ja. Fail, Sackgasse, Noob, Lusche. Ha, von wegen. Guck mal, hier geht's weiter. Ha, 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 ja, ne, ja. Okay. Baut, oder was? Okay, hier gibt's noch mehrere Räume. Hier ist ne Treppe, wo es rausgeht. Und zack. Was, wir haben's geschafft. Ja? Uh, das war's schon gewesen. Okay. Oh, ja. Wir haben's geschafft. Jo. Mal Werbung für seinen Kanal und äh, CrowdControllerLP. Weiß gerade gar nicht, ich... Hm? Ich glaube, CrowdControllerLP hat ihm geholfen. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher, aber schade, sonst würde ich ja nicht stehen. Ja, klar, kann wohl sein. Ja. Ich spiele mal so drüber, mit dem Ganzen, wie's aussieht. Wie ein Dschungel. Ah, ja. Nö, an sich war's eigentlich ganz gut. Also, Link zum äh, entsprechenden Download der Map, den wir mal die Beschreibung reinsetzen. Das ist ein Video-Link, den schicke ich dir gleich noch. Ach so, oder Video-Link, okay, ja, gut, den kann man auch einsetzen, wenn wir dann von laut TOTLP sein. Genau, zu so einem Trailer von der Map. Und dann wäre es auch schon gewesen, wir gucken mal, wie viele Folgen das sind, und ansonsten würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, wir sehen uns und tschüßen. Jo, ciao.